15 Sterne, die könntest du dir mal ausgeben. Einmal dafür. Und einmal für Schild. In der ersten Woche ist die Hälfte des Battle Passes schon durch, dass du da so viel XP bekommst, man muss gar kein Duo oder Solo oder sowas spielen, du spielst einfach, wenn du dir in Fortnite neue Season kommt, Maps und kriegst du Battle Pass durch. Ohne einmal eine Kugel abgeführt zu haben. Boah, weg hier, die Musik nervt, überschneidet sich sonst mit meiner. Und ich kämpfe wieder mit meinem Latte Macchiato. Hä? Wie gestern. Ich hab mir geschrieben. Ja, weil meine Pfoten schwitzen. Und das ist ja so ein ganz komisches Plaster, wo da abrutscht. Söchen. Es ist eigentlich unter meiner Würde mit Leuten zu spielen, die unter Level 55 sind, aber okay. Aber warum ich hab gar nicht geguckt, wegen Aufträge. 11 Minuten sind noch täglich. Ja, ne, 8 Minuten jetzt noch. Triff Schwachstellen hab ich immer noch aktiv. Paul, in deinem Fahrzeug über 1000 Meter mit Übertempo 60 lande bei Realitätsbomben oder bei Rallye. Und, was so? Na ja. Sure. Mhm, 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 mhm. Ich gucke, hier landen keine, da gehe ich ins Haus. Okay. Aber ich wollte nicht, weil das so nah am Bus ist. Wow, was kriege ich ne Piste? Und was liegt hier rum? Ne Piste. Und was kriege ich? Ne grüne Schrotze. Ein grünes Hammer. Und ne blaue DMR. Erstmal austauschen gegen die Piste. Und ne blaue DMR. Ahhhh. Gab es hier sonst noch was? Ich glaube unten. Nein. Nein. Nö, ausnahmsweise noch nicht. Ich weiß ja, wie sie Precht haben wir haben. Ja. Das ist ein grün am Auge. Ich würde tatsächlich gegen das Hammer austauschen. Oder? Ne lila Piste. Willst du mich hier eigentlich ganz verarschen? Nein. Ach komm, ich bleib beim Hammer. Hei 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 hei. Mach mal ne Fische nicht kaputt. Ich mach mal ne Fische nicht kaputt. Was? Ich hab ne Spisse nur ne scheiß lila Piste gezogen. Oder Milliarden an Fischen. Du. Ich hab nichts. Lass den Scheiß. Merk mal ein. Kriegst du einen grünen Auge. Ah ne danke. Ich hab schon so ne seltene Ange. Dann will ich doch was haben. Eik. Ja? Geh im Tresor, du. Oder sowas. Oh. Oh. Oh da wie sü counts sind lasst du den Sah vorbei. Ein bisschen Spaß muss sein. Die detect-włączstens ne lila MP, das ist ja schon mal etwas. Vor allem hier ist ne blaue Sniper noch. unter lila nein danke mit blau mache ich 100 damage maximal da kann ich auch mit dem dmr drauf schießen und mache gleich viel damage das ist leider nicht ich habe eine blaue dmr mit der kannst du schon richtig gut die leute weg snacken irgendwo hier muss der dmr ich lasse dich nicht abknallen doch du musst mich wiederholen ich bin längst nicht mehr bei dir daco er wird automatisch markiert alles gut oh das war ja team ich bin weg was hast du erwartet ein einzelspieler ich bin nur einzelspieler gegen mich blaues hammer schön da liegt ein rift ne russisch ist das hier drin in der ruine was der rift das team ne irgendwo da hinten aber ich denke die müssen zu uns kommen wegen zone ja da wird geschossen bei denen wo die kopfgeld jagt ist das müsste irgendwo da unten sein einer genockt ich lüchte gerade erst mal vor der zirn optional da unten rutscht einer da unten rutscht einer seh ich nicht mehr ich auch gerade nicht er ist irgendwann hier hin gerutscht nehm kurz nen biggie ich wurde beschossen da schild ist weg bei ihm der eine hat definitiv kein schild mehr aber die werden beschossen die sind eigentlich die sind beschäftigt die falten noch mit jemand anderem lohnt es ja mal schon kaffee zu trinken hier hast du was zum heilen oder danke ich habe Angst dass die im hohen gras irgendwo sind ne ne die müssten dort sein weil das liegt haufen blut wie weit müssen wir laufen wegen zone äh ein ganzes stück kannst du die saufpacks mitnehmen ja ich würde halt gerne mal da gucken da liegt was lilanes habe ich selbst danke ja ich würde trotzdem das das haben wir nicht willst du eine lila pistol können wir gerne eine lila schrott sogar nice hier ist noch eine goldene hier würde ich mal austauschen so wieder 150 zeug zum hier alter was liegt denn da unten noch für loot rum hier wird ordentlich geballert saufpacks liegen dort noch rum aber sonst eigentlich nur quark und ist so ein baum naja ich weiß nicht ob wir den noch looken können ja ne wegen zone und so weiter wir haben den lila dmr habe ich mitgenommen ja aber zone ist gemütlich das schaffen wir easy peasy ja ich sowieso wenn ich hier anfange zu sliden ich renne grad noch nicht mal so dann kommt nicht hinterher ja ich bin auf dem berg ja ist ehrlich ja der tanke wurde geschossen ich bräuchte halt noch was besseres als die blaue pump hier ist doch mal heilspray ja ich hab dich zu laufen jetzt halt da springen welche da springen welche warte oh oh von hinten von hinten hat hat nicht der an der tanke er ist auf uns aufmerksam geholt rennt weg rennt weg rennt weg rennt weg ich musste ganz kurz schild nehmen ich bin genockt ich hab den einfach gar nicht gesehen der ist hier im bosch durch den baum willst du mich verarschen durch dann haben die wieder büsche bäume und alles deaktiviert solche spieler mags schon überhaupt nicht ja aber selbst dann dürften sie nicht durch den baum schießen können ja solche spieler schon und was macht der ist der dumm der tanke die luftgang da ist noch einer der ist gerade ins gebäude reingelaufen naja erstmal zurück zur lobby